Der Markim und ich, wir versuchen gleich It Takes Two zu spielen. Daneben. Daneben. Klappt der ist doch mal gut bei mir. Hopp. 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 Alter, was ist das denn? Na so kann man es natürlich auch machen. Wenens habe ich es überhaupt gesagt? Hier bin ich, Alter. Okay. Ah, warte mal, jetzt ist eins grün und eins rot, hast du gesehen? Grün ist immer rausblasen, rot ist reinziehen. Also pass auf, du musst bestimmt gleich umschalten. Jetzt schalt um. Okay, das war nicht richtig. Also nochmal, drück mal den Schalter. Tauschen die an rot und grün. Grün passt schon. Ja, bin draußen. Okay, und jetzt? Ich weiß nicht, jetzt musst du den ganzen Spaß auf deiner Seite machen. Achso, okay, grün ist drin. Jetzt? Ja, okay, war grün. War minimal zu spät. Schalt um. Oh, das war aber knapp. Jetzt? Okay. Ja, es ist einfach. Man muss halt wirklich zusammenarbeiten. Genau, das ist ja der Sinn. Das ist ja genau der Sinn. Hinter dem Ganzen. Was ist jetzt? Oh Gott. So, hier bin ich. Hier ist auch ein Mainboard. Guck mal hier, hier hängt überall Elektronik rum. Vielleicht sind da Grafikkarten, vielleicht können wir da eine mitnehmen. Ja, genau, hier wird, das ist ein Mining Rack ist das hier. Brandgefahr? Brandgefahr? Wo? Keine Ahnung. Fire hazard, hat er gesagt. Hier ist ein Kondensator? Ne, ist kein Kondensator. Ist irgendwie bloß ein Knopf. Ich bin oben. Achso, hier hinten bist du hoch, alles klar. Hopp, 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 hopp. Und da sind wir. Hier sind auch Sicherungen. Sind die kaputt? Nö, aber hier, guck mal, du kannst halt gar nichts machen, ne? Im Grunde ist das nur ein Durchlaufen aktuell. Ist halt wahrscheinlich noch das Tutorial. Ach, hier unten, was auf, ich drück den Knopf. Ach, guck mal, ah. Ja, aber wo muss ich da? Ah. Du machst die jetzt wahrscheinlich aus, und dadurch kann ich jetzt da hinten nämlich... Hinten freien? Ja, ich bin schon dabei, oder? Achtung. Äh, okay, wolltest du nicht, aber na gut. Ich wäre auch hinten drauf gehüpft. Können wir hier durch? Ich glaube. Da ist eine Lampe. Was hat das für ein... Hey, so eine Lampe habe ich früher auch gehabt, ne? Taschenlampe? Ja, so eine komische hier, mit so einer 3,6 Volt Batterie drin, wisst du? Die so zwei so eine Stifte dran hatte hier. Ja, sicher. Wo man vorne das... Mit dem Farbglas konnte man die Lichtfarbe ändern, indem man so ein Glas davor schiebt. Ja, jetzt weiß ich... Ja, 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 ja. Aber wieso kann man das jetzt ausmachen? Warum? Was hat das für einen Sinn? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, tatsächlich. Das wird bestimmt gleich irgendwo gebraucht, für irgendwas. Oder es ist nur ein Hinweis darauf, dass es gleich irgendwo nochmal wichtig wird, oder so. Keine Ahnung. Au! Hä? Was war denn das? Du hast dich eingesperrt in deine Kiste. Ne, guck! Guck mal, hier steht Lightbulbs, 20 Watt. Ah, okay, kann man nichts machen? Ja, also hier sind nur eingepackte Lampen drin. Aber die kriegt man hier nicht raus. Also hier geht es irgendwie um die Lampen. Oh, ja, man hätte auch mal übers Holz laufen können, nicht daneben. Da ist wieder Ventilator. Genau, hüpfen wir mal hoch. Ja, du bist natürlich wieder drüber gekommen. Ne, du bist doch... Hä? Du bist doch weiter oben als ich, oder? Nein, ich bin... Ich fall da immer wieder runter. Achso. Achso, ich bin jetzt irgendwo anders. Alles klar, Trichter. Ich da... Aber ist schon witzig gemacht hier. Auch dieses... Da ist Action drin. Das ist richtig. Gleich kommst du da rausgeflogen, oder? Jawohl. Guck mal, jetzt ist es wieder grün. Das heißt, es geht hoch. Ja, aber wohin? Jo, du. Ah. Hinter dir sind Sicherungen. Ähm... Bleib mal am Schalter, bitte. Ja. Drück. Ach, da lang geht's, okay. Ne. Hast du... Ich hab keinen. Du hast keinen Schalter, ne? Aber, gehen wir mal zurück. Warte, ich geh mal zurück. Ach, da ist ein Sauger. Ah, was machst du jetzt? Was muss ich jetzt machen? Da reinhüpfen? Ach, ach, stopp, 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 stopp. Ja, okay. Äh, drauf, nicht drunter. Naja, gut, okay. War mein Fehler. Bin drauf. Ich duck mich mal. Wollte ich gerade sagen? Pass auf. Okay, kannst du deine Stange loslassen. Die Anaconda. Äh, ich bin runtergefallen. Das ist ein Fahrstuhl. Warte mal, das ist ein Fahrstuhl. Ich geh mal rein. Okay, es war kein Fahrstuhl. Du musst da unten drauf. Es war kein Fahrstuhl. Ich hab das anders interpretiert, ne? Ne, ich glaub, ich muss dahinter irgendwie. Hier muss ich auch was machen. Warte mal. Ne. Geh noch mal drauf. Kann ich mich umdrehen hier? Warte mal. Vielleicht kann ich ja zu dir rüberpusten. Ne, kannst du nicht. Ich bin drauf, okay. Guck mal, links von dir musst du, glaub ich, reinhüpfen. In den Trichter, meinst du? Ich weiß, ne, andere Seite, hinter dir. Ach so. Warte, warte, warte. Ach, da. Genau. Okay, versuchen wir's nochmal. Okay, es geht's, wo geht's denn jetzt raus? Ach, oh nein, das hab ich gemacht. Nein. Okay. Ich verstehe. Wo muss ich jetzt mich hinschießen? Ich muss da rüber zum Knopf, oder? Weiß ich nicht, aber ich glaube. Das geht so gar nicht. Doch. Warte mal, wir müssen das anders machen. Ich glaube, ich glaube, pass auf. Ich glaube, du hebst mich jetzt da hoch. Und dann musst du den Schlauch anheben. Warte, pass auf, warte. Du musst in den Schlauch rein, in der Zeit muss ich anheben. Genau. So, jetzt kannst du durchlaufen. Aha, okay. Danke, das hab ich jetzt falsch gemacht. Ich hätte erst hüpfen müssen. Jetzt. Okay, ich bin drin. Okay, wenn ich... Und jetzt mach ich das hier. Was hab ich denn hier noch? Warte mal. Achtung. Strom, komm zu dir. Und jetzt ist es andersrum, ne? Hä? Jetzt kann ich mich zu dir rübersaugen lassen, oder so. Warte mal. Warte. Ah, du bist jetzt durch den Trichter gekommen. Okay. Nochmal, Trichter. Aber hier... Also hier stimmt doch was nicht. Warte mal, wir treffen uns bestimmt gleich irgendwo. Ja, okay. Alles klar. Jetzt bist du da drüben und ich bin hier. Ich hab hier einen Schalter. Okay, drück mal den Schalter. Alles klar, hab ich mir schon fast gedacht. Da kommt bei mir nämlich die Luft raus. Achtung. Warte mal, ich ziel mal da oben. Da ist so ein komischer... Ach, du schmeißt Bälle rein, ne? Hab ich auch gerade. Ja, mach mal. Ich muss hier nämlich auf so einen Frosch schießen damit. Da fällt er nämlich runter. Siehst du das? Ja, ja, ich seh's. Reicht das schon, um drauf zu springen für dich? Ja. Aber mehr passt noch nicht rein bei mir. Jetzt muss ich hier... Hier lang kommen. Ach so, was hab ich denn hier jetzt? Jetzt verschieb ich irgendwas. Ja, ja, ich schieb mit. Ach so, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung... Ich weiß zwar noch nicht, warum, aber... Alles klar, okay, war die richtige Richtung. Da ist mir jetzt der Supersau gekommen. Jetzt bin ich gespannt. Verdammt. Ja, ich schieb mit mir raus. Ja, jetzt werden wir beide sterben. Nein, warte. Ich kann noch nicht fixen. Ich kann dich wiederholen. Nein, mehr Flies! Nein, 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 nein. Sie ist richtig, sie ist ein Ingenieur. Ein wirklich guter. Du bist, du bist sehr gut. Ha! Hey! Are you wirklich gonna believe that? Because I would not. Oh, nicht auf ihn. Once I get my real body back, I kann dich fixen. Oh, ist das so? Say, why did you buy the expensive Turbo X 2000? Ha! 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 Toll, jetzt darf ich den ganzen Spaß bei dir auch nochmal machen. Ach, das hab ich, das hab ich vorhin schon einfach ignoriert. Ha! Wie machst du das nebenbei? Hast du das auf einem extra Rechner laufen? Oder auf einem... Okay. Weil, weil mit extra Bildschirm, da tappt der aus dem Spiel immer raus bei mir. Richtig. So, es hat... Okay, was haben wir? Der hat Bomben. Können wir die auf den werfen? Nee, im Moment nicht. Äh. Oh, warte mal. Ich bin... Ah, okay. Ah, okay. Ich hab ne Idee. Wir müssen... Warte mal, wir saugen die Bomben an. Und schießen sie auf den. Das war's schon. Wir haben schon gleich gewonnen. Oh. Der ist gehabt... Wo ist der Hintersch... Oh. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Did I mention the big explosion? Hold it right there. Look at these dolls. Almost forgot they used to be humans. Ay, yi, yi. Do you want to know what this story is really about? Huh? This is the story of Cody Handmade.